Hallo, ich bin Susanne von Kreativ Design LKS und möchte dir heute zeigen, wie ich diese Schrankelemente hier mit der Lochplatte vorn dran in ein Kalax-Regal eingebaut habe. Ja, heute geht es um diese Schrankeinsätze hier. Die sind für das Kalax-Regal von Ikea. Sie haben eine Lochplatte vorn dran, also kann man eben gleich noch nutzen. Ich möchte dir zeigen, wie ich die eingebaut habe. Gleich vorab ein kleiner Hinweis, das ersetzt nicht die Bedienungsanleitung. Ich zeige dir, wie ich es gemacht habe und bei der Planung von meinem Bastelbereich kamen mir doch so einige Fragen auf und vielleicht stellst du dir die gleichen Fragen oder du hast so einen kleinen Aha-Effekt. Deswegen mache ich jetzt mal das Video dazu und zeige dir eben, wie ich es gemacht habe, wie das Ganze bei mir ausschaut. Warum habe ich sie überhaupt? Ich habe hier mein ganzes Papier drin, also ich habe drei Stück an der Zahl drin. Ich bewahre da meine Papiere drin auf. Zur Papieraufbewahrung selber mache ich dir nochmal ein extra Video. Und das steht einfach nicht so sehr auf Licht. Mein Bastelbereich ist vom hinteren Teil des Schlafzimmers zum Fenster gerückt. Und ja, damit ist das Papier mir Licht ausgesetzt und ich habe mir gedacht, ich möchte es in den Schrank. Ich habe mich für die Lochplatten entschieden, weil man da eben noch so diverse Dinge eben anbringen kann. Haken gibt es dann hier so Klammern, kann ich mir dann schnell meine Anleitung ranpinnen, damit die nicht in meinem Bastelbereich im Weg umeinander fliegt und ich sie ständig suchen muss. Denn so ging mir das bisher. Also habe ich mir dann noch so eine Klammer ran gemacht oder eben so kleine To-Do-Zettel, dass ich eben zum Beispiel bestimmte Dinge für meinen Etsy-Shop wieder neu machen muss und dass ich so langsam mit den Adventskalendern anfangen muss. Da brauche ich auch noch ein paar mehr. Ja, und ich möchte dir heute eben zeigen, wie ich die hier zusammengebaut habe und vielleicht auch ein paar Fragen beantworten. Hast du sonst noch irgendwelche Fragen zu diesen Teilen hier, dann nutze doch einfach die Kommentarfunktion unter dem Video oder du schreibst mir eine E-Mail. Ich nutze dieses Regal hier als Raumteiler. Also ich habe eben hier meinen Bastelbereich, wo wir uns jetzt gerade befinden. Hier hinten ist direkt das Fenster. Das ist jetzt eben für mich neu, dass ich direkt am Fenster bin und hinter dem Regal befindet sich direkt das Bett. Bei mir ist das Regal nicht an der Wand befestigt, sondern es wird wirklich von der einen Seite vom Bett gehalten und hier an der Seite steht der Schreibtisch direkt dran. Deswegen habe ich es nicht an der Wand befestigt und es steht mehr oder weniger frei im Raum. Ich habe mich für das 4x4 Regal entschieden, also eben 16 Elemente, wobei doch einige bei mir unter dem Schreibtisch verschwinden. Aber ich habe auch so viele Sachen, die ich jetzt nicht ständig brauche. Die wandern dann da runter und das, wo ich eben ständig ran muss, wie eben mein Papier ist hier oben und das ist jetzt geschützt hier drin. Ich mache dir ja auch mal irgendwann, wenn ich ein bisschen mehr noch organisiert bin, ein Video von meinem Bastelbereich. Er ist noch lange nicht fertig, er wird vermutlich auch nie wirklich fertig werden, weil man doch immer wieder neue Ideen hat. Aber das war jetzt schon mal so ein größerer Teil von der Neueinrichtung, der endlich jetzt eben fertig ist, dass mein Papier ordentlich verstaut ist. Und bis ich eben diese Schränke hatte, war das Papier tatsächlich offen in dem Regal einfach drin gestanden und mich stürzt jetzt aber einfach. Also so wie die Anordnung hier ist, schaut es halt einfach sehr unordentlich aus. Ich will es jetzt lachen, wenn du den Rest von meinem Schreibtisch siehst, denn der ist sehr unordentlich. Aber ich habe zumindest schon mal hier wieder eine Stückordnung geschaffen, kann die Tür zumachen und es ist schick. Eine Frage, die sich mir gestellt hat, ist, wie schaut das Ganze denn von hinten aus? Denn bei mir ist das Regal ja ein Raumteiler. Das heißt, ich sehe die Rückseite und dann sollte die natürlich auch ordentlich ausschauen. Vielleicht habe ich aber auch noch eine Idee, um das Ganze etwas kreativer zu gestalten. So, nun legen wir aber los. Gehen erst einmal in die Vergangenheit. So hat es eben vorher ausgeschaut. Ein Schrankelement habe ich hier schon mal eingesetzt. Und nun kommt das zweite dran. Zuerst einmal räume ich mir das Fach komplett leer. Ja, so schaut das Ganze verpackt aus. Beim Öffnen schaue ich natürlich, dass ich mit der Schere nur irgendwo lang gehe, wo ich jetzt ja mal nichts zerkratze. Hier ist Karton unten drunter. Den brauche ich nicht mehr. Einmal die Folie entfernen. Hier oben drauf liegt auch die Bedienungsanleitung. Das ist ja immer so eine Glaubensfrage bei Ikea. Die einen finden, sie ist verständlich. Die anderen finden, die geht gar nicht. Ich habe es, denke ich, doch so halbwegs bis auf ein paar kleine Details auf Anhieb kapiert. Das hier ist die Tür. Die ist vorn und hinten gleich. Also da gibt es auch kein oben und kein unten. Die Rückseite, die ist eben auf beiden Seiten weiß. Und dann haben wir hier noch ein Seitenelement. Das hat oben und unten jeweils zwei Löcher. Und das zweite Element hat nur jeweils ein Loch. Auf der anderen Seite haben wir da eben noch so eine Aussparung. Da kommt dann die Rückplatte rein. Hier ist eine kleine Schachtel dabei. Da sind die ganzen Schrauben drin. Ein kleiner Tipp von mir beim Auspacken. Wirklich sehr genau drauf schauen, dass man auch jede Schraube rausgeholt hat. Denn, ja, beim ersten Element habe ich mir wieder mal gedacht, super, es fehlt was. Nein, es war einfach noch in der Folie drin. Dann haben wir hier diese ganzen Teile. Das ist für das Scharnier alles einmal zum Zusammensetzen. Und da muss man jetzt einfach ein bisschen auch drauf schauen, dass man eben immer die richtigen Schrauben verwendet. Was mir bei der Bedienungsanleitung aufgefallen war und vorher einfach nicht bewusst, wenn das ganze Regal an der Wand steht und auch mit der Wand fest verbunden ist, dann kann man in diese Elemente, wo eben dieses Verbindungsstück zur Wand drin ist, den Schrank nicht einbauen. Bei mir ist das jetzt kein Problem, weil man einfach nicht mit der Wand befestigt ist, aber vielleicht ist es ja für dich relevant. Dann brauchen wir noch einen Bleistift und einen Schraubendreher und dann geht es hier mit diesem Teil los. Das lege ich mir einmal am Schrank an und zwar an der Seite, wo die Tür später sein wird und markiere mir das links und rechts mit einem Bleistift. Hier siehst du auch, wie knapp das wirklich mit meinem Schreibtisch bemessen ist. Dann brauchen wir jetzt die Rückwand und eins der Seitenelemente, welches ist egal. Man muss bei der Rückwand darauf achten, die ist nicht ganz quadratisch. Hier die eine Seite ist ein bisschen kürzer, die stecken wir jetzt nicht in die Aussparung, sondern die Seite, die genauso lang ist wie die Rückseite. Das wird hier einfach nur reingesteckt, da wird auch nichts fixiert, geschraubt, gehämmert oder irgendetwas. Das andere Teil einmal gegenüber und an der Stelle muss man jetzt schon wissen, wie rum soll die Tür denn eigentlich aufgehen. Also da, wo jeweils die zwei Löcher drin sind, da kommt das Scharnier dran und wo jeweils nur ein Loch oben und unten ist, da kommt dann der Türgriff hin. Und je nachdem, wie man es eben möchte, dreht man es einmal rum oder stellt es einfach so in den Schrank hinein. Und zwar wird das jetzt so weit hineingeschoben, wie wir die Markierungen gemacht haben. Hier siehst du auch nochmal die Löcher. Bei mir soll links das Scharnier und rechts der Griff sein. Es wird eben so weit hineingeschoben, dass das Ganze jetzt nicht formbündig ist, sondern eben bis zu dieser Markierung, denn die Tür muss ja auch noch mit ran. So, dann nehme ich mir hier dieses Stück von der Öffnung mit den zwei Schrauben. Die haben von jeweils die Spitze dran. Befestige mir das einmal etwas. Das drehe ich jetzt noch nicht komplett rein, sondern einfach nur ein bisschen, dass es schon mal hält. Und achte dabei darauf, dass das Schrankteil jetzt eben nicht verrutscht. Schau immer wieder auf die Markierung, halte den Schrank ein bisschen fest. Bei mir schaut es hin und wieder hier im Video ein bisschen instabil aus. Das liegt aber, wie gesagt, nur daran, dass mein Regal frei steht und nur vom Schreibtisch und auf der anderen Seite vom Bett gehalten wird. Also es kann nicht umfallen, aber es steht halt jetzt auch nicht bombenfest. Oben das Scharnier mache ich mir auch schon mal ran. Auf der gegenüberliegenden Seite kommt jeweils eine Schraube ran. Die hält dann einfach den Schrank da, wo er hin soll. Das schaut jetzt hier ziemlich wild aus, weil da so ein großer Spalt ist. Aber wenn dann mal alle Schrauben drin sind, ziehe ich die immer fester und langsam kommt das Ganze auch ran. In dem Loch darunter ist auch noch eine Schraube drin. Das siehst du jetzt hier. Und wie gesagt, mit der Zeit zieht sich das Ganze dann auch ran. Also da muss man schon ein bisschen Kraft aufwenden, um das da reinzukriegen. Aber es soll ja auch halten. Dann geht es mit der Tür weiter. So, hier gibt es kein oben und kein unten, kein vorne und kein hinten. Diese Teile vom Scharnier hier werden einfach nur in das Loch hineingelegt und das Gegenstück da hinten ran gedrückt. Dann haben wir hier diese kleinen Schrauben dabei. Die kommen in die Löcher hinein und werden einmal festgeschraubt. Das Gleiche mache ich dann auch noch mit dem zweiten. Und jetzt kann man sich überlegen, entweder die Abdeckkappen gleich drauf zu bringen. Also auf das, was dann später außen sein wird. Das kann man aber auch später machen. Das ist vollkommen egal, denn die werden nur draufgeklickst. Genauso kann man jetzt schon den Türgriff anbringen. Dazu haben wir hier noch diese Schraube dabei. Die hat vorne keine Spitze, die ist eben flach. Einmal Schraube durchstecken, Griff drauf, festschrauben und mit dem Schraubendreher nochmal anziehen. Natürlich vorher darauf achten, dass der dann auch auf der richtigen Seite ist. Dann wird das Ganze jetzt auf die Scharniere, ja so draufgeklickt. Da ist hinten schon eine Schraube drin, mit der wird das Ganze jetzt erstmal grob befestigt. Und dann geht es jetzt gleich auch noch ans Ausrichten. Bis zu dem Punkt habe ich die Bedienungsanleitung gut verstanden. Ja, das Ausrichten war für mich jetzt nicht so ganz eindeutig. Vielleicht verstehst du es ja eher. Ich zeige es dir jetzt hier einfach mal. Der Abstand oben und unten ist bei mir noch sehr unterschiedlich. Das Problem löse ich, indem ich die vier Schrauben hier etwas lockere. Also wirklich nur ein bisschen, sodass sich gerade so das Ganze eben verschieben lässt. Bei mir ein Stück nach oben und die Schrauben wieder anziehen. Und so passt das Ganze jetzt für mich. Hier unten sieht man, dass bei den Scharnieren die Tür weiter drin ist. Und am Griff das Ganze eben weiter nach vorn steht. Das gefällt mir nicht. Und deswegen löse ich nochmal die hinteren Schrauben und richte mir das aus. Und zum Schluss möchte ich, dass auch dieser Spalt hier gleichmäßig ist. Das heißt, ich muss hier unten das Ganze ein bisschen weiter in Richtung Scharnier bringen. Dafür nutze ich die vordere kleine Schraube am Scharnier, justiere mir das Ganze und wenn ich insgesamt zufrieden bin, dann ziehe ich die Schrauben auch noch einmal an und kann wieder einräumen. Also der Inhalt bleibt der gleiche. Wie du siehst, passen die A4 Papiere super rein und auch die großen Designer Papiere mit 12 x 12 Inch. Und dann habe ich auch mein zweites Schrankelement fertig. Mach er mich dann noch an mein drittes und hoffe, dir hat das Video gefallen. Freue mich über einen Daumen nach oben. Wenn du noch irgendwelche Fragen hast, dann kontaktiere mich, nutze dazu die Kommentare unter dem Video hier oder schreib mir eine E-Mail. Abonnier doch meinen Kanal und schau auch mal auf meiner Website vorbei. Und dann freue ich mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Ciao, deine LKS.